Herzlich willkommen bei mir im Kanal Spielelobby. Mein Name ist Tom und ich mache heute mal mein allererstes Game Video und stelle euch heute mal das Spiel Limbo vor. Das gibt es auf der Xbox. Ist ein Arcade Spiel, kostet 1200 Microsoft Points. Ja und dann fangen wir einfach mal an hier. Start. Ich habe schon ein bisschen gespielt, aber ich fange noch mal ganz von vorne an. Also ich weiß jetzt nicht, was ich genau dazu sagen sollte zu diesem Spiel. Es ist ganz einfach gehalten. Die Grafik ist komplett schwarz-weiß, was aber jetzt kein Minuspunkt ist, denn das macht Spaß. Steuert hier euren kleinen Mecken. Linker Stick halt bewegen. Taste A hüpfen und die B-Taste ist Aktionstaste. Du bist hier irgendwie auf der Suche nach deiner Schwester an diesem Wald. Keine Ahnung, ob du sie jetzt finden musst oder herausfinden muss, was mit ihr passiert ist. So. Habt ihr das jetzt auch mal gesehen. Spritzt auch ein bisschen Blut. Zack. Es gibt hier ein paar Rätsel, die man halt lösen muss. Bis jetzt hatte ich nur Rätsel, die waren recht einfach. Aber es gibt auch Rätsel, die... Ja, da sollte man schon ein bisschen überlegen, wie man halt weiterkommt. So, zack, zack. Da können wir jetzt nicht einfach runter. So. Äh, da unten ist Wasser. Also schwimmen kann dieser kleine Mann nicht. Also solltet ihr euch vor Wasser fernhalten. Hier, zack, rein ins Boot. Das ist ja alles noch relativ easy. Ob es sich jetzt, äh, für den einen oder anderen lohnt, dafür 1200 Microsoft Points auszugeben, ist jedem selber überlassen. Ich selber, ich finde es, es macht Spaß. Ja. Und viel kann man auch jetzt nicht über dieses Spiel sagen. Hier mal lang. Zack. Aber es ist doch schon recht gut gemacht. Ich finde es ganz niedlich. So. Hier bin ich auch das erste Mal einfach mal reingetrieben. Aktionstaste. Diese Pfeilen packen wir jetzt mal weg und dann rüber springen. Hopp. Die packen wir da mal hin. Und hopp. Guckt ja mal. Und zack. Jetzt schwingen wir mal ein bisschen hier. Hopp. Ah. Okay. Ne, da war nichts. Ne. Okay. Man muss da erst mal drauf. So. Das machen wir jetzt gleich gleich ein. Hör, du bist da. Und zack. Es gibt auch ein paar Auszeichnungen hier. Ich habe jetzt irgendwie so ein T-Shirt bekommen für mein Avatar. Steht Limbo drauf. Das T-Shirt ist schwarz. Die Schrift weiß. Und wenn man Limbo durchgespielt hat, bekommt man irgendwie ein Tier. Ein seltenes Tier. Keine Ahnung genau, was das ist. Aber es ist auch mal was anderes als Kleidungsstücke. Ja, wie gesagt, ich habe das schon gespielt. Also daher weiß ich, was man da noch machen muss. Und runter. Das Ding legen wir hier mal mit. So, da oben, da ist eine Falle. Die brauchen wir gleich mal. Dafür muss ich diese Stimme, die da so rumzappelt, ein paar Mal kräftig auf den Boden schlagen. Dazu gehen wir mal hin. Warten kurz ab. Und brennen wir kurz weg. Zack. Ich glaube, zweimal muss ich auf den Boden hauen. Und nochmal. So, jetzt müsste eigentlich die Falle von dem Stamm runtergefallen sein, ja. Mal rüberspringen. So. Und kurz warten. Abschätzen, so. Einbein weg. Und nochmal die Seite. So, jetzt mal kurz weggehen. Und da hin. So, komm schon. Na. Ja. Und knapp. So, dann wird kaputt. Spinner haut ab. Die Spinner sind übrigens echt gruselig auswendig. Ich hasse diese Viecher. Und Rutsch. Das war's für heute.